Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Auto aus Inoklu. Mein Name ist Okan Arichi. Ich präsentiere Ihnen heute diesen E200 Cabrio aus dem Modelljahr 2016. Mit LED-Tagfahrlicht, 18 Zoll Alufelgen, Blinker an den Außenspiegeln, Vollledersitzen. Das Fahrzeug verfügt über elektrisch einklappbare Spiegel, eine Lichtautomatik, eine Freispecheinrichtung, Tempomat und Limiter, die Sitzheizung, die Klimaautomatik 2 Zonen und auch das Navigationssystem. Ich hoffe, mein Video hat Ihnen gefallen. Gerne würde ich mich über einen Besuch bei uns im Autohaus freuen. Kommen Sie gern vorbei. Mein Name ist Okan Arichi. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Autohaus Inoklu. Die Familie Inoklu und ihre Teams vom Verkauf und der Mehrmarkenwerkstatt freuen sich auf Ihren Besuch. Autohaus